Gruselig, gruselig geht's weiter hier bei The Wind Waker HD. Es ist ganz so gruselig, Freunde, dass ich mir vor allem die Hose gemacht hätte, oder aus irgendeinem Grund, denn ich hab's irgendwie... Naja, schon wieder vergessen. Mann, die Flaschenpost schon wieder in der letzten Pause. Gibt's nicht. So, jetzt ganz kurz. Verdummheit, hehe. Äh, wieso? Hm, also das will ich überhaupt mal. Gut, mal speichern. Zwingeln, die vierte des Gruselquartetts. Ja, hat was. So, speichern. Brauchen wir das alles mal? Ähm... Ups, Entschuldigung, jetzt wollte ich gerade... Album... Nein! Nicht so. Nein. Ja, brauchen wir, brauchen wir auch. Brauchen wir alles, wie's aussieht, oder? Ach, Menschenskinder, was wir alles brauchen. So. Weiter geht's, Freunde, hier im... Terra-Tempel. Auf dem Weg zum... Zwischenboss, den wir alleine machen müssen. Hm. Was waren die schon wieder? Ich weiss gar nicht mehr. Was war das? Oh, ich hab ne Vermutung, was es ist. Jep! Stahlfosse lassen grüssen! Servus! Ohohohoho! Vor allem, die waren übel. Ohohohoho, hier funktioniert mein Trick nicht! Daneben! So, dafür... Äh! Hier, aber der Winnie-Walker war sogar ein bisschen anders noch! Äh! Doch nichts! Ah! Ich wusste doch, was... Ein bisschen zu einfach, wa? Dann war's doch nur... Äh... Hab eigentlich das Gefühl, dass man mit Bomben noch arbeiten musste. Hä? War das doch nur bei Twilight Princess? Sooo... Du du du... Hm, das Bomben wird garantiert bei denen. Äh... Du du du... Ja, andere Scheisse. Mach die doch! Ja! 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 Und dann ist er weg! Ja! 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 Ja, ja! Ja! Sooooooo... Das war der dritte und letzte! Und so mal kommen wir endlich zu unserem Item! Das auf uns wartet! Und es ist nichts geringeres als... Das geilste Item ever. Was könnte es wohl sein, dass dein, äh das Dungeon, äh das Item des Dungeons ist, warum? Es ist der Spiegelschild. Yes man, sieht zwar ein bisschen anders aus, als der aus der Queen of Time, aber es müsste glaube ich sogar ungefähr der gleiche sein. Geil. Automatisch ausgerüstet, unser alter Schild hat mir irgendwie vorgeworfen, keine Ahnung. Jedenfalls, yeah. Genau deswegen wollte ich wieder äh den Terra Tempel zuerst machen, Freunde. Denn ich finde, der Spiegelschild, der ist so ewig, sieht so geil aus, der muss unbedingt öfters dabei sein. So, jetzt haben wir ihn zwar und wo ist die Medoli hin? Äh. Medoli? Was? Ah dort ist sie. Ja so, hm. Gibt eigentlich nichts mehr für uns zu tun, oder? Da unten waren wir, ah doch doch doch. Gibt es was zu tun, du bleibst gleich mal da oben, das ist sehr gut. Du Arsch mit Ohren, du lässt mir mal Ruhe hier. Dankeschön, wow. Jetzt geht es weg hier. Ich finde auch, ich muss mich wieder ein bisschen, ja, ein bisschen einheizen. Naja, ein bisschen beleuchten, wa? Bleiben die überhaupt so sichtbar, oder? Wir sehen sie gleich. Äh. Gibt es ja, die bleiben so, wa? Ja. Die bleiben so, wunderbar. Äh, oh. Ja. War ja auch ganz grandios von mir. Ach, Mensch, kein Medoli. Ach, Mensch, kein Medoli. Was auch vergessen habe, aufs Gnatt zu gucken, wo jetzt hier, äh, die Truhe war von Tingle. Ach du Scheisse. Na egal. Ähm. Wie stehe ich jetzt Medoli am besten hin? Schon irgendwie. Ja. Machen wir so. Äh. Du, du, du. Tja. Kann ich eigentlich nur hoffen, dass ich da mit der Tingle statt, dass auch die irgendwie wieder, dass es mir da spontan einfällt, sobald ich wieder den Ort erblicke. Wo es hätte sein können, wa? Das war ja ganz mühselig hier. Was, äh. Nein! Nein! Verdammt. Das geht doch so nicht. Nee. So habe ich da keine Chance. Äh. Ich muss was anderes machen. Und zwar. Mann, geht doch mal runter. Gut. Ich muss irgendwie so. Ach, ich mache das am besten. Mal ganz kurz hoch Medoli. Müssen wir anders machen. Eine Lieblingsvogeldame. Geht das so? Äh. Hallo. Wo ist das Licht? Ah, hier. Okay. Ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. Das ist doch die Hauptsache. Äh. Kommst du da runter? Oder? So geht's schneller. Immer heller. Ja, finde ich auch. Folge mir. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Okay, was war denn hier schnell los? Oh. Ja, über alle Ecken. Über alle Ecken musste stehen. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. So, machen wir ganz kurz. Äh. Ja, das klappt so. So. Jetzt ist es. Waff. Okay, okay. Machen wir es mal so. Das müsste theoretisch funktionieren. Tch, tch. Ja. Müsste eigentlich auch. So, wenn hat das hier ein bisschen klug positionieren kann. Dann klappt's ja. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Äh. Noch ein paar Rubinen. Besser als nichts. Geil. 700 auf den Punkt genau. Das kriegst du auch selten nicht. Hm. So. Wo sind wir jetzt wieder? Ah, da. Ah, hier. Im Hauptraum. Hauptanfangsraum. Was sagt hoch? Ne, wa? Aua. Mann, Medoli. Gibt's doch nichts. Ganz kurz zurück. Denn wir müssen hier ein paar... ...ne Truhe holen. Gibt nur einen. Ja genau. Wäre nur die. Dann haben wir diesen Typen da. Ach, Mensch, das Kind. Hey, Mann. Au. Natürlich noch erwischt. Glaub's auch. Zack. Weg. So. Gut. Äh. Erwischt nicht. Erwischt einander nicht. Das gibt's nicht. Midoli. Alles glaubt ihr noch. Oder wir sind gerade angegriffen. Nix. Weiss noch. Tippi Tippi. So. Jetzt will ich auch mal die Truhe haben. Sprich halt die Karte. Warte. Du, 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 du. Du, 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 du. Mensch, das Kind. Oh. Kommt vielleicht noch einer. Ist ja auch nicht schlecht. Du, 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 du. Jemann. Labyrinthkarte gefunden. Endlich mal. Hm. Jemann. Fall Выр. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt Freunde. Was haben wir jetzt hier alles Schönes? Hier unten ist der Emboss, ja und war noch der 02 noch. Aber sonst sind wir hier bereits ziemlich gut durch, wa? Krass geil. especial oder? Was soll's? Nach oder kurz hier rechts? Jetzt sortir ich hier drüber, wa? Denn ich habe doch sagenhafterweise was vergessen! Gibt's ja nicht! Äh, nein! Haufen! Sie sind super runter, glaub ich auch. So, ich lass mal bitte in Ruhe. Wenn ihr mich gerne nerven wollt, aber ich habe keinen Bock auf euch. Oh, Medulli bleibt einfach hier. Medulli, sie ist in Gefahr, ich weiss. Hm. Gut, gut, gut. Und jetzt die Ruhe ganz galant. Wunderprächtig! Und wir kriegen! Ein Glückssammulett! Geil, geil, geil! So, jetzt natürlich immer die Frage, wo zum Henker ist Tingles Statue hier? Hm, Medulli, wo ist die? Bereits wieder verschleppt? Nö, der geht's gut! Ah ja. So gut sie sich an jemanden gehen kann hier, was? So, und hier müssen wir irgendwie weiterkommen. Gut, EG ist soweit durch. Gehen wir also zum U1, nachher weiter runter, und, 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 und. Du, 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 lalala! Medulli, kannst du mal ganz kurz den Gefallenen übrigen da hoch zielen? So bleiben, wenn's geht. Dankeschön. Mir nehme ich den gleichen Schrott hier. Ja, ja. Ne Sonne erwacht zu blieben. Wow. Ist auch nicht übel, wa? Geht direkt runter, so als würdet ihr trotzdem mal wissen, wo war jetzt die Tingles Statue? Hm. Ich muss echt dazu noch ganz kurz nachgucken gehen, wo ich die irgendwie hier habe. Äh. Hm. Wo war die hier? Das müsste, glaube ich, irgendwo... Ich habe eine Idee, Freunde. Ich habe eine Idee, wo die sein können. Gehen wir ganz kurz nachgucken. Falls es mal nicht so wäre, dann, äh, hab ich halt, äh, verkackt. Hm. Aber ich habe noch so das Gefühl, dass sie hier oben war. Oh, Mann. Ja, tut mir leid, Medulli. Da muss ich leider mal ganz kurz um dich hin. Ich hoffe, äh, das klappt schon für dich. Juh. Was aber auch hier oben, oder was? Ah, wo war denn... Äh, 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 äh. Ich glaube es auch. Nein! Hm. Das muss ja passieren. War ja klar. So, Medulli, wo ist die jetzt hin? Ist er dorthin? Okay, Freunde, wir geben es auf. Ich mache es ein anderes Mal. Ich mache sowieso noch ein paar Parts für den Par... Äh, äh, ein Parts sage ich schon um den Tempel. Von dem her. Geht das schon? Jo, so. So, bin durch mit dir. Äh, wann hier die, die Statue? Keine Ahnung mehr. Ist doch egal. So. Dann geht es runter. Hilfe. Der Tempel. Was sind das für die Dinger dort? Äh, bin ich nicht bereits richtig? Yep. Hier war es, Freunde. Hier war irgendwas. Weiss bloß nicht mehr, ob es auch mit dem... Äh, okay. Aber ganz kurz was anderes. Ähm. Ja, ob alle weg sind, dann reicht einfach normal. Das war ja klar. Äh, hier ist Tina ein bisschen doof. Äh, wann das eine Fluch, die gar nicht ausgeht. Wollen wir mal ganz kurz. Die gingen aus. Das weiss ich aber noch. Ah, so war das. Das ging nur so. Ja, komm nur, komm nur, komm nur. So, hätten wir es auch. Ähm, komm rüber. Ich will aber nicht. Ja. Sie hat Angst. Sie hat Schiess. Ja, wie gesagt, irgendwo hier müsste es, glaube ich, sein... Oben vielleicht sogar? Hm, bin ich jetzt überhaupt? Genau. Ja, doch, da drüben ist es gewesen sein, Freunde. Da drüben müsste es sein. Ja, das war so ganz kurz mal. Ähm. Ne, machst du jetzt mal das Lied hier schnell? Sonst wird es nichts mehr. Das Kirchenlied. Das Böse möge zerbärsten. Jep, wortwörtlich. Gut, dann geht es hier weiter nachher. Wie gesagt, erst mal ganz kurz. Was ist das? Hm. Versuch's mal. Irgendwie war das in Erinnerung. Ja, da drüben war es, glaube ich. Gut, wenn ich dort also den Bomben rüber schmeisse, müsste das funktionieren. Theoretisch. Und so war's auch. Die Tingelstatue, Freunde. Hier ist sie. Gut, gut, gut. Geh hee hee hee. Du freust dich zu früh, Kumpel, du kriegst mich nicht. Niemals. Ja, Mann. Die Teratingelstatue. Kein Mann. Mann, bist du ein Tod, ey. Hat er selber eingesperrt. Tja. Selavi, Freunde, was? Selavi. Noch mehr Bomben, noch mehr Bombis. So, die Frage ist, wie kommen wir wieder zurück, was? Das war irgendwie so. Ich weiß, bloß ich darf den Boden berühren. Ich hoffe schon. Ja, war ja verflucht, genau. Das war ja so. Niemals ein Schattenkrabsch im Boden. Das war ja so. Gruselig. Hehehe. Äh, ja. Du, du, du. Der fluchte Zustand, der hält ein bisschen an, aber ist eigentlich an und für sich kein Problem. So, Midole. War das bereits? Das war bereits der Scheissraum. Ach, du grüne Neune. Ja, der wäre doof. Der war doof. Geht hier, Stammdruckerweise? Ja. Woh, ging doch nicht. Habe es falsch gemacht. Länglich, beweg dich. Er soll nicht mein Hirn anknabbern! So, und jetzt? Ah, die sind da eben okay, da kann ich ihn irgendwie aus Gefecht setzen. Für immer und ewig, aber scheinbar ja nicht. Schade! Jetzt sucht er auch noch mein Ohr, ist natürlich auch sehr schön. Äh... Naja, ist natürlich sehr schwierig, was hier so Schönes da ist. Nicht wahr, aber keine Sorge, Freunde, es geht noch ein bisschen grösser, was hier gerade so... Ja, halt hier steht. Das ist erst der Vorgeschmack! Ja, also Nummer 1 und Nummer 2 geht auch gleich los. Bingo! So, wieder mal ein bisschen kneten. Sag ich natürlich eigentlich nein. Welche auch schön blöd, wa? 67, yeah! Wenn ich mir vorstelle, was der Golden Terrier danach alles verlangt hat. Meine Fresse, so. Runter mit dir! Ja. Äh... Gut, geht doch. Wo bin ich jetzt überhaupt? Okay, in einem einsamen Raum? Gibt's überhaupt lang? Uh, keine Ahnung. Was war denn hier unten? Oh. Das... Ja, ich habe eine Vermutung, was das war. Was nicht da hinten ist, parkourmässig. Nein, nicht ganz, aber fast. Hm. Das war doof. Immer noch mit einem Schlüssel. Äh... So. Fehlt noch eine Truhe, warten das mit der... Oh, jetzt geht's. Toll jetzt sicher alle. Das war's mit dem. Das war der nächste Streich. Egal, wir müssen ja alle umbringen, damit da halt, äh, das erscheint, was ihr alle wisst, was erscheint. Nehmen wir nicht Ruhe! Dankeschön! Ach ja. Eigentlich sind sie ganz einfach nicht wahr, Freunde, aber manchmal... Können sie auch nerven! So, zwei fehlen noch. Hm. Aber eigentlich steht alles voll. Naja, ausser Herzen. Aber Herzensschmerzen gibt's halt keine mehr! Nur noch durch Obersuppe! Und alte Feen zu... Nix. Gut. Also, gut. Schlecht natürlich. Aber konnten wir damit rechnen. So, jetzt müsste die Truhe erscheinen. Und tut sie auch. Hä, eigentlich auch noch perfekt zum Abschluss des Parts, Freunde. Ich bin zwar ein bisschen früh dran, ich weiss, aber naja. Uu, la la la, lelele, bublublub. Noch ne Schatzkarte! Was weiss, noch eine, ist der aus in diesem Tempel? Sehr schön, sehr schön. Da kann ich schon mal raten. Äh, da unten ist wirklich noch ne Schatzkarte. Und da oben ist dann wohl der... Key, genau. Ok, ok, jajaja, das geht schon, das geht schon. Ist er soweit? Alles super hier! Zup! So, das hätten wir. Flüsse haben wir auch, was gibt's denn eigentlich dort drüben noch? Na, geht eigentlich nur nach dem Durchgang aus, oder? técnica absCH cheat Lass mal ehrlich sein, ich habe ne Vermutung... Was war denn hier? War dies der Pyromagier? Aber bin doch nicht bescheuert. Oh, entschuldigung Melodie! Keine Absicht. Ja, tut mir leid. Mann, Kleines, tut mir leid! Ze 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 Ja, wie kann man nur so, hoch mit dir. Gut gemacht. So, eigentlich möchte ich ein paar beenden, aber wenn ich schon mal dabei bin und noch nicht am Portingsbums bin, geh ich mal hier durch. Ich nehme es eigentlich kurz vor, naja, mehr oder weniger kurz. Hm. Was gibt das jetzt, wenn es fertig ist? Oh, oh, ich habe eine Vermutung, musste ich, ich musste. Scheisse. Okay, Freunde, es geht nicht anders. Ich muss noch mal einen anderen Teil durch. Äh, um etwas zu aktivieren, nachher, damit wir hier halt ungestört durchkommen, wa? Sprich, damit wir nachher Licht haben. Es fehlt Licht und so. Ich mache mit Medulina wieder durch. Ich hoffe es mal. Hm. Eigentlich gar nicht nötig, es müsste eigentlich so funktionieren. Ich muss ja sie nur kurz hier aktivieren alles, nicht wahr? Das hier dann kurz da rüberziehen und der Rest müsste relativ von selbst gehen. So. Sehr schön, sehr schön, dass wir mit Meduli da hinten. Ist auch nicht schlecht. Oh, bei Kio. Das war knapp. Na klar, Meduli ist nicht verflucht, ich glaube es auch. Ach ja. Und da fällt schon wieder da, da fällt so der Brandung. Menschenskind. So, komm schon. Das geht schon irgendwie. Ich muss noch ganz kurz zum Krug dort, wenn ich noch einen Part beenden kann. Äh, Link ist ja bitte mal. Dankeschön. Und Hoppla Bums. Äh, Meduli, Meduli. Dankeschön. Danke. Seht ihr Freunde, es wird Licht. Äh. 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 Nein. Das war gar nicht Nicht soooos! Hör, bin ja sichtbar, scheisse! Hallo, kommst du mal? Ja, ist gut, wegrollen! So hätten wir den auch. Fehlt noch der hier ganz kurz. Mann! Eine Sorgefreund, ich habe genug Feen und wir kommen sowieso bald wieder welche. Daher null Problemo! So, was gibt es hier noch? Wieder mal viele Rubine. Ja, viele, viele einzelne vor allem. So, das war jetzt mühsam, Freund, denn hier muss ich mich ein bisschen anders platzieren. Ich bin dann vor allem sie müsse eigentlich so machen. Wobei, das müsste es auch gehen, oder? Ne, nicht ganz. Warte mal, ich will es anders versuchen. Ich habe es erklären sollen, wenn ihr... Ja, vielleicht bringe ich nur sie an. Entschuldigung, ich mache es mir zu viel an. Ja, Mensch, ich weiss schon was du meinst, Melody, ich weiss schon was du meinst. Das war der Trick, Freunde! Eine Art Z-Bilden, nicht wahr? So, und jetzt ist das bereits der M-Boss, oder wie ist es? Ach du Scheisse, das war ja der Weg! Oh oh! Oh 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 oh! Nein, Melody, komm mit! Weg hier! Aua, Mann! Aber sie ist immer! So! So, ganz schnell! Ganz schnell spielen! Äh... Da geh ich später durch! Bitte ganz auf die Schnelle öffnen! Nichts! Geht doch! Wir müssen ruhig hier. Jetzt können wir das gleich mal machen. Und dann kommt die Stallfuss und sagt, du Scheisse, mach es später. Komm mit, wir hauen ab. Geht's überhaupt hin? Äh, das passt schon, das passt schon. Du hast die Truhe gehabt, Scheisse, mach halt ein anderes Mal. Komm wieder schnell zurück, von dem her, oh. Ja, das wollt ihr Freunde, hier wollte ich den Krug hier, das war das, was ich wollte. Äh, besser so. Natürlich nicht, das muss man schon eleganter lösen. Was heisst eleganter? Bumsoway und so, versteht schon? So, äh, medellich wird da. Ah, komm mit. Das war knapp. So Freunde, damit haben wir das geschafft. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Nächstes Mal geht's dann hier weiter, werden wir noch die Truhe holen. Geht's ab ins U2, dort noch ein paar Truhen holen und ja, so. Hm? Geht schon. Vielleicht sogar am Ende des nächsten Parts dann den M-Boss platt machen. In nachdem halt. Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei Wind Waker HD mit Link, Meduli und dem neuen Spiegelschild. Geil, Mann. Bis zum nächsten Mal. Tschau zäme. Tschau. Tschau.